guten morgen leute hier ist der fahrer so willkommen zurück auf server 31 bei shakes and fidget was gibt's neues neues gibt es dass spiky dreams sich verabschiedet hat hier von server 31 hat uns extra alle geschrieben heute früh um 0 9 da das schreiben gar nicht hinterher diesen das nennt ist und tut sich somit verabschieden wo ich sage alles klar danke fürs mitspielen dream und falls wir uns noch mal sehen wärs richtig nice so und zwar seht ihr hier mal mein postfach von gestern bis heute und das ist richtig krass also wenn man einmal die war vorausgetan hat für über nacht ja dann greifen die wirklich richtig krass an von 23 uhr bis ein uhr und an sieben uhr geht es weiter so was ist noch und zwar will ich mal was anderes sagen anstatt hier immer wie hier jetzt mal die nummer eins hier zu nennen die zu viele pilze haben bla 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 sulz habe ich mir mal entschieden mich entschieden mal zu den kleineren rängen runter zu gehen das sagen wir mal fünf wundert ich hatte gestern oder welcher war denn das gestern ich habe gern mit ihnen geschrieben der war eigentlich ganz ganz lustig und zwar der seno genau so und zwar seno genau das ist ein kleiner spieler der hat mich gestern mehrmals angegriffen damit er hochgepusht werden kann oder beziehungsweise dass er es schaffen tut und da hat mich irgendwo mich die waffe rausnehmen da habe ich ihn einfach mal mit erklärt damit ich runtergehen kann damit ich mittel mein gold behalten kann nein und zwar will ich mal die kleinen spieler hier mit nennen die hier mit vertreten sind die sozusagen nicht pilze ja es ist ja es funktioniert auch so muss ich ehrlich zugeben falls ihr jetzt das sehen solltet es geht auch ohne pilzen ja ich auf s9 habe ich es auch gemacht nicht gepilzt die ganze zeit was ich jetzt aber mache damit ich noch ein bisschen anschluss kriegen aber ansonsten funktioniert das wirklich auch ohne pilzen sie macht zwar mehr was ist mehr spaß nein man hat halt mehr varianten wenn man pilzen tut aber ist egal nein kommen zurück zum zum seno und zwar ist es wirklich nice wenn kleine spieler mitspielen hier bei uns bei shakes and fidget ich finde es lustig ist finde es nett aber von daher mal gucken vielleicht sieht er auch das video hier mit an und von daher shakes und fidget lebt davon dass er sehr viele spieler mit dabei sind und auch die kleineren auch selbst die die nicht pilzen können ja und ich habe ja auch eigentlich bin ich ja auch kleiner pilzer aber irgendwann ist er auch wieder schluss hier auf den server ja also lange bleiben tue ich nie das ist steht für mich schon mal fest wenn wir einfach nur mal solche start mit aufnehmen wie was passiert und wer sich ja abtrennen tut von den anderen und von daher ist es schön wenn man auch nur auch mal die kleinen mit nennen tut die hier unter 1000 sind 1500 jetzt dass die auch mal mit genannt werden hier in den videos es gibt ja zig videos wo nur die großen und bla und so ist hier die super tollen pilzer genannt werden und ich habe einfach mal überlegt warum warum nicht mal die kleinen mit nennen die hier größten da auch mit ihren spaß mit haben wollen und deswegen mal wollte ich es im moment nennen ja und wenn wir mal so doof genug der hatte jetzt hier mit dem greif aber mit dungeon mäßig fünfe wäre nicht pilzwurm es geht auch so ist ganz entspannt und es geht auch wirklich ohne greif ja es ist wieder klasse dass es funktionieren tut hier gehen wir einfach nur mal ein jahr der sehno der war ja ganz entspannt er hat ja nur einen angreifen warum die den greifer wenn wir alle her naja gut gut am anfang wenn man starren tut ist ja schon dass man 15 bilds hat dann tut man variieren hier und kriegt dann nochmal 10 und da hat man die 25 für den greif schon mal so und der redscher ist ja um bis 14 tage dann verschwindet er schon wieder und deswegen werden dann bestimmt viele entweder den nummer aufladen oder halt dann sich den kleineren nehmen 30 prozent greift hier aber momentan hier also ab 1500 hat ja wirklich jeder jahren greift hier das ist ja mal richtig krass ich finde es cool aber daher ich werde jetzt noch ein alu hier durch klicken und ja und mal sehen was hier alles noch mit passiert auf s 29 ist auch was passiert und zwar hat sich der bruce wayne gelöscht ja hat es ja schon lange angekündigt und jetzt hat das einfach mal einfach gemacht so mir nicht je nix sagt ich habe den bock mehr weg so somit sind die halbkörder wieder geschwächt und müssen sich um neue member werben ja bin ich ja mal gespannt was dort alles mit rauskommt wir die blackburns haben es geschafft wurde noch mit den reichsten rate endlich mal zu schaffen was man ja sicherlich wochen lang versucht haben und nie funktioniert hat aber jetzt ich konnte es leider nicht aufnehmen weil ich da leider geschlafen habe beziehungsweise auf arbeit war und ich danach keinen bock mehr hatte irgendwas zu machen und frühmorgens halt früh dann in angriff dann mitgestattet war und somit alles schon wieder weg war aber naja bei der nächsten mensch bin dabei auf s 29 werde ich wahrscheinlich noch unsere wing gilde blackburn hier nochmal mit dokumentieren wie wir dort raid hilfe mitmachen ja das ist ja auch mal ganz witzig hier nochmal ein bisschen helfen und machen und mehr so und was gibt es noch und zwar auf S9 ist es jetzt endlich passiert dass wir die neunte schriftrolle geklickt haben ich noch mal ich ich switch mal schnell rüber und zwar hier auf S9 haben wir es wirklich geschafft alle schriftrollen zu bekommen und jetzt sagt sie einfach nur ihr brodelt ihr mittag essen ja und wir dürfen nichts mehr reinschmeißen ist zwar schade hätte man nur mittel verkaufen können aber ok so jetzt müssten wir nur noch warten auf das epic event können uns richtig hoch leveln somit 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 alles ausrüsten und damit müssten wir eigentlich mindestens jetzt ein bis zwei dungeon schaffen und sogar turm etagen so das war's von S9 kommen wir zurück wieder zu S31 ja das sind wieder tolle quests wie man hier so sehen tut voll doof aber naja gut na gut ähm nächsten werde ich jetzt nicht mehr hier wie gesagt es ist nur ein anfangsprojekt das ich ja ähm ein bisschen spielen kann und dann werde ich hier die 90 Dungeons machen und dann diskutieren dann reicht das hier für mich und dann kann ich schon wieder ein neues Projekt starten was ich machen möchte aber dafür werde ich erstmal ein bisschen sparen so ich würde schon mal schnell durchklicken hier dass ich alles schaffen tue und wer Interesse hat wer Lust hat mich mit zu unterstützen muss ich auch ehrlich mal sagen ist ja alles kostenintensive ähm ich würde mich freuen wenn ihr mich unterstützen würdet mit äh 5€ PCF Karte ja das sind auch ähm können wir gleich mal gucken hier 50 Pilze das reicht zu ja für ein paar Videos plus äh die Dungeons machen und Anfangsstarts von Servern und dies und das und jenes ich würde mich freuen wenn es klappen tut ähm ihr könnt es euch überlegen und ich sag erstmal bis dahin euer Pfarrer euer Pfarrer ja also hier